Aber was hat das mit Bob Dylan zu tun? Was hat mit Bob Dylan zu tun, als der Bob Dylan natürlich ein performing artist ist. Und er tritt ja jeden Tag auf auf seiner Never-Ending-Tour, die er wohl weiterführen wird so lange kann, ich glaube schon seit Jahrzehnten, zumindest seit vielen Jahren. Und was ist das ein Performing Artist? Ein Performing Artist ist jemand, der nicht ein Notenblatt herunterspielt, das vorher fixiert worden ist und dessen einziges Bestreben darin liegt, sozusagen keinen Fehler zu machen, sondern ein Performing Artist ist jemand, der im Moment, wie hier und jetzt, etwas erfindet. Das heißt, er reagiert auf eine Situation. Wird passend wunderbar, aber schon nicht infanfest, Sie gleichzeitig welchen Zeit, nicht weiterführen wird so aktien blir Mann und tatsächlich zufrieden. Sie zu wissen, das That is not the end, not the end, not the end, just remember, that that is not the end, Kylie? When you're standing on the crossroads, that you cannot comprehend, just remember, that that is not the end, and all your dreams have vanished, and you don't want up the band, just remember, that that is not the end. Not the end, not the end, just remember, that that is not the end. Will ich euch bring hier ein paar Strophen? When the cities are on fire, when the burning flash at man, just remember, that that is not the end. And to search anywhere to find, just one live body citizen, just remember, that that is not the end. Not the end, not the end, just remember, that that is not the end. Für den Unsterblichen spielt der Zeit keine Rolle, da hat er Endlosszeit. Für den Unsterblichen spielt der Zeit keine Rolle, da hat er Endlosszeit. Für den Unsterblichen spielt der Zeit keine Rolle. 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 Für den Unsterblichen spielt. Vielen Dank.